ja moin Leute was geht Garm wieder hier am Start mit seinem Buddy Smokey oder Slippy moin moin wir spielen Ghost Recon Wildlands und wir haben da unten eine kleine Mission und zwar sind wir im Gebiet Pucara oder Pucara wie auch immer und wir wollen die Stadt Todos Santos übernehmen beziehungsweise die Mission dort unten hauen wegen wie machen wir das laufen wir sind ja eigentlich schon da machen wir mal los guck mal hier da los wo die Girls da los da ist ein Kamerateam guck mal hier irgendwie ein Star oder was ich hab noch ein Tango und das macht drei mir auch egal Sniper weg ich wurde gerade fast gesichtet von einem im Sniper in diesem Sniper Kaiser ich hab ihn Sniper weg so da ist noch ein Sniper auf dem Sniper komm wir gehen runter ok den hab ich nicht gegriffen hier fährt ein Auto hier zwei Autos den geht ich auch boah hast du den? ja danke ja ah ah da da unten da schießen sich alle wie verrückt ok den hab ich nicht getroffen ah hi daneben jetzt aber na gut irgendeiner sind zwei halt ne ich steig mal kurz drinnen und check mal was hier abgeht hier ist ein Auto bei uns uah 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 man ach du bist schon da? na denn scheißdreck so ich dachte mal ich naja was ist das hier? hinter mir nach informationen ab oben ich sterbe jetzt hier oben da komm hier runter ins haus na einer einer ist noch oben ich lieg jetzt hier auf der Kante mhm na ich hab den Reiner weggebracht versuch mal da hoch zu kommen irgendwie ja hier wo 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 ist denn das? na ganz oben oben wo wir kamen ja ja nice na wir müssen das Nickerchen machen wa? ja so mal kurz aus chief na ja äh komm mir den Borgensort nicht schnell komm ich schmied ja was geht denn da ab was denn von hinten weggenockt worden mit zwei smgs dankeschön wenn dann machen wir hier getrennt wache ne juhu und jetzt wir müssen mal abklauen ich wollte schon sagen wo ist das hier oder was so fotografieren tschüss sogar im handy wird das angezeigt cool wir haben pläne gefunden vielleicht eine fraktalantenne immer mit raus ganz kurz ok auf den einsatz konzentrieren wir haben pläne gefunden das ist ein auto gerät zu gerade rausgestiegen ich mach den mal schnell rein ja das stimmt nicht das stimmt nicht ja jetzt boah was war denn das gerade ja perfekt na noch einer dort noch einer sechs minuten einsatz nicht mal ja hat er rasiert kingslayer akten holen wir uns noch heiskalt rasiert ja hat er das ist ein ich das ist ein So, ab zum Heli und fertig. Easy Mission. So, Jungs und Mädels, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.